Okay, und damit herzlich willkommen zurück. They are crossed over. Ach, schau, jetzt kann man nämlich auch das blöde Hasenspiel da spielen. Kann ich da jetzt draufhauen? Moment. Nein, ich bin immer noch zu schwach. Was passiert jetzt hier? Oh nein, wie cool. Freefall Tower. Da möchte ich jetzt zuschauen, Moment. M. M. Die scheiß Steine fliegen soweit nicht. Okay, das ist kack. Das ist cool. Ist das cool? Servus. Ich bin der König der Welt. Ist das cool? Ja, nice. Ist das cool? Ach so, das war der Hase. Aber Ticket leuchtet jetzt immer noch auf. Hat doch mein Ticket. Der ist all crossed over, hat's ja irgendwas gesagt, ne? Wir haben ja jetzt theoretisch. Moment, wie kann ich denn das? Kann nur zwischen den beiden hin und her. Ja, all crossed over. Ja, so wird es nix, ne? Ich glaube, wir brauchen... ...wir brauchen noch einen Coin. Und ein neues Ticket. Weil sonst würde das uns noch nicht so anzeigen. Würde ich jetzt behaupten. Komm, und dann versuchen wir doch mal, den Hasen jetzt abzuballern. Das hat mir schon genug Nerven gekostet hier. Ähm, zack. Oh, mit drei versuchen. Das wird nix. Das war nix. Ich kann die sechs schon wieder nicht nehmen hier. Aus irgendeinem Grund. Manchmal... ...verstehe ich dieses Spiel einfach nicht. Ich brauche neue Munition. Ich brauche tatsächlich neue Munition, weil das andere muss ich ja auch abschießen. Was ich vorhin gemacht hatte. Aber gehen wir einfach schnell zum... Alter, ist das... Oh! Mein Herz! Ist das eklig! Ist das creepy, ey! Kann die ja leider nicht wieder aufheben. Ich brauche einen neuen Steinhaufen. Na, warte, wir holen Bälle aus dem Auto. Das ist jetzt, glaube ich, näher. Und es ist immer noch kein neuer Geist da. Das, äh... Halte ich auch für etwas, äh... Weiß auch nicht. Damit sollte das doch gehen. Das ist so gruselig. Ich kann das nur einmal machen. Es scheint so. Ist das ein ekelhaftes Geräusch. Schau mal bitte auf damit. Ja, wir müssen den... ...den Hasen abschießen. War zu viel. War zu wenig. Ja, ein Hasen. Das war nix. Zwei Hasen. Drei Hasen. Scheiße! Nein! Fuck it! Das war nix. Ich werde nicht nochmal zum Auto rennen müssen. Gib mir jetzt halt einfach die... Geht doch. Nein! Jetzt muss jeder... ...Schuss sitzen. Und das war das natürlich nicht. Ich will nur kurz gucken, ob es mit den Muttern auch geht. Ups. Ja, na, so nicht. Nein. Okay, wir brauchen Bälle. Wir brauchen ganz viele Bälle. Ich möchte rennen. Es kann sich jetzt auch nur wieder um Ewigkeiten handeln hier. Ich habe hier auch keinen Steinhaufen in der Nähe, ne? Alter, dieses Geräusch. Als nächstes schieße ich dich ab. Ich sag's dir. Warum müssen wir ein Auto so weit wegstehen? Nein! Ich habe alle anderen Kisten schon aufgehoben, ne? Also alles, wo ich so mitnehmen kann. An Mutternkisten, an Bällekisten, ne? Das meine ich. Die ganzen kleinen Winzkartons. Die habe ich jetzt alle schon verballert, ne? Das ist schon irgendwie mies. So. Aber ich glaube, diesmal kriegen wir das hin. Und dann... Holen wir uns noch ein Ticket, dann blinken wir und dann können wir ja weiter. Ne? Hoffe ich doch. So, wo waren das jetzt? So. Ein bisschen früher. Es war zu früh. Jetzt ist meine Elektrizität aus? Ach, komm schon! Und dafür brauche ich jetzt wieder Steine, ne? Das funktioniert mit den blöden Bällen jetzt nicht, ne? Ach, komm! Wie assig ist das denn? Wie assig ist das denn? Nein! Das ist ja... Oh Mann! Dieses Rumgerinne macht mich wahnsinnig. Nehmen wir gleich mal hier ein paar mit. Ups. Hat nix gebracht. Hach! So. Ja, die Elektrizität ist weg. Schauen wir mal, ob ich mir das mit den Bällen auch hinkriege. Ja. Sehr gut. Nein, das war zu früh. So, zweimal noch. Zack. Läuft. Zum Auto, zum Schießstand. Fertig. Komm, geht da drüber. Keine Zeit. Termine, Termine. Ein nach dem anderen. Komm, heb auf. Manchmal hebt's ja die Sachen einfach nicht auf. Und ich versteh nicht, warum. So. Ah, jetzt läuft das blöde Ding wieder. Aber das läuft jetzt wieder... Also, das läuft immer noch nicht. Also, wir können von jedem Ding nur einen coin. Wie es scheint. Okay. So, und jetzt zackig. Nein! Oh, ich hasse es. Dass die immer gleich schießen muss. Nur mal ab links. Das war nix. Ficken, ey. Ah. Das wird nix. Pff. Muss hier da sitzen. Und tut's nicht. Es tut's natürlich nicht. Ja. Nein. Ach, komm. Wie... Nervig. Es tut mir so leid. Ich bin so schlecht in sowas. Ich wende mich da wenigstens drunter ducken könnte. Und... da näher hingehen könnte. Aber ich glaube, dass das, äh... wär dann ein bisschen witzlos, ne? So. Mehr. Mehr, mehr, mehr. Und wir nehmen gleich noch mal ne neue Kartosche auch. So. Ich würde gerne in mein Inventar ein paar von den Sachen stecken können. Dann müsste ich nicht jedes Mal wieder rumlaufen hier. Oh, noch hab ich Strom. Noch hab ich Strom. Alles, alles gut. Dieses Ding macht mich narrisch. Ähm. Ich frag mich, schaffen wir es dann zum Blink und... Weil das braucht ja auch Strom. Oder sollten wir das dann nochmal auffraschen quasi? Oh. Nein. Wetter hoch. Fuck. Auch nicht. Wird nix. Warum treffe ich das jetzt nicht mehr? Ich hab doch vorhin nicht so hoch geschossen. Es wird nix. Ist hier noch irgendwo... ein Steinding. Irgendwas, was besser fliegt. Ich versuche jetzt einfach mal mein Glück. Äh. Kann scheinbar nicht. Ach. So ein Mist, ey. Ach. Schaut schon wieder so aus, als ob da was wär. Von den anderen Sachen krieg ich halt jetzt keine Coins, ne? Ich bin weder so stark, dass ich das Ding nach oben krieg. Wir füllen aber kurz mal die Elektrizität auf, ne? Machen wir schon. Wenn wir schon hier sind. Alter, was sind das für Geräusche? Tut mir leid, dass ich so lange brauch, ne? Ich werd' nicht bei mir. Auf! Ja, und es steht nämlich schon... Achso. Es muss stehen. Es hat sich vorhin auch nicht bewegt. Alles gut. Aber wir haben noch drei Energiepunkte. Also die Steine fliegen nicht besser. Brauch schon die Pelle. Eins noch. Okay. Ne, wir brauchen schon die Bälle. Nehme mal kurz mit. Ja. Ja. Da hat's geflockert. So. Und auf geht. Die wilde Fahrt erneuert. Achso, ich sollte vielleicht... Raum funktioniert. Das war so schön einfach. Ja, das gibt mir keinen Coin. Das gibt mir keinen Coin. Aber da kann ich nichts tun. Und jetzt mit Strom war ja da trotzdem auch nix, ne? So, wir kriegen das hin. Wow. Drei. Drei. Vier. Nein! Hör auf, nochmal drauf zu drücken. Oh! Gott sei Dank! Gib mir den blöden Froschkoin. Ja, gib mir den Ticket. Noch ein Ticket. Jetzt hab ich zwei. Und... Das nützt mir wie viel? Einmal nichts. Ich muss bestimmt da hochfahren und dann da drauf springen. Das wird's sein. Weil dann bin ich vielleicht auch stark genug, mir dann Coin rauszuholen. was die von einer alles erwarten. Das... Nein! Knapp! Knapp, knapp, knapp. Komm runter. Sonst wär da auch, glaub ich, kein Steinhaufen. Ich häng fest. Greif ich doch niemals. Nein. Nein. So, auf keinen Fall. Gibt es doch niemals hin. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Vielleicht nicht von der Seite. Badum. Ja. Komm, wieder runter. Moment, Moment. Wir könnten auch... Auch nicht weit genug. Ich muss doch mit einem Stein... zum Machen sein. Ernsthaft? Kann sich nur um Stunden handeln. Alles gut. So, wir müssen uns jetzt genau am besten hier hinstellen. Ja. Und dann versuchen wir's nochmal. Weil das ist es nicht. in dem Winkel kann ich nämlich nicht nach unten schießen. Nein! Aber ich bin jetzt direkt drauf gelandet. Okay. Wir brauchen noch ein Ticket. vielleicht. Ich weiß es ja nicht mal. Ob wir vielleicht nicht noch eins brauchen. Aber... Mit denen, die wir haben, weiß ich nichts anzufangen. Wir versuchen jetzt das einfach nochmal... Ich kann halt nix machen, leider. Auch hiermit nicht. Also ich kann die auch nicht auswählen. Das ist tatsächlich einfach nur Krixelkratzel. Und ich kann leider nix tun. Und ich kann leider nix tun. Wenn man den Hasenhammack spielt, das Dinghammack spielt, das Einzige, was wir noch spielen können, ist eben... Das Ding. Aber wir haben scheinbar noch Energie. Warum konnte ich das tun? Moment, 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 Moment. Auto. Gib mir mal... Dinge. Gib mir mal hier... Hier ein paar Sachen. Gib mir mal... So. Hoffe ich, ich habe noch genug Energie. Ernsthaft? Na, immerhin. Immerhin. Hält das Ding jetzt seine Klappe. Schön, dass ich das ausprobiert habe. Gott sei Dank. Komm, ich schiebe es rein. Das nützt mir auch nix. Ich brauche noch eins. Hi. Habe ich noch genügend Energie? Ja, am Ende sitzt sich da oben fest. Pass auf. Die Frage ist, ist es richtig, was ich tue? Und zack. Das wird so nix. Dö. Aber was anderes kann ich mir... Keine Munition mehr, ne? Was anderes kann ich mir einfach nicht denken. Da drauf. Habe ich noch? Ja. Energie ist noch da. Ich meine, ich kann auch erst keinem Winkel irgendwie schießen. Das... Also ich kann da nicht hinschießen. Ja, wirklich. Wirklich. Ja, wirklich. Wirklich? Mhm. Scheinbar. Wirklich. Alter. Das Kotzen hier. Nimm das... Nimm den Scheiß-Coin. Ja. Was solltest du denn mal versuchen? Hier. Ich hoffe, die Energie reicht jetzt noch dafür. So ein Kack. Ich glaub's nicht, ey. So. Man zeige mir die Kombination nochmal. Äh. So. Äh. Kurz. Lang, lang, kurz. Lang. Kurz. Lang. Lang. Kurz. Lang. Vielleicht hoffentlich aus. Ja. Die Krähe geht ins nächste Level. Und wir auch. Alter Schwede. Alter Schwede. Dieses Level hat mich jetzt ein bisschen zur Weißglut drehen. Muss ich sagen. Weil es sich einfach echt von A nach B, von B nach Z laufen lässt. Wow. Wir haben leider sehr wenig Geister, diese Runde gehabt. Dafür muss ich wahrscheinlich sehr viel spulen. Außer ihr wollt mir die ganze Zeit beim Hin und Her laufen zu schauen. Aber das, ähm. Gehe ich mal davon aus, dass das nicht dem so sein wird. So. Hi, Krähe. Du bist auch wieder da. Und dann würde ich sagen, ich fahre ins nächste Level und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen.